So, nach einer kurzen Unterbrechung bin ich jetzt wieder da, allerdings habe ich auch noch kurz nachgeschaut, wie es weitergeht und ich bin so ultimativ hier. Das passiert mir immer wieder. Das ist jetzt nicht unbedingt der Weg, es gibt hier eine Sequel-Area hier oben und es gibt einen Weg. Und es gibt diese kleinen Scheißer. Ich kann das Lichtschalding-Winstopp reden lassen, solange ich will. Naja, nicht solange ich will, wenn ich drauf zulaffe, kommt es wieder zurück, wie es aussieht. Hier ist die Sequel-Area. Steck gefunden. Das kann ich öffnen, dafür kriege ich sogar das Schild, das ich gerade nicht brauche und jede Menge Schrott. Und dann gibt es noch eine Sequel-Area auf der anderen Seite und dort geht es dann auch weiter. Ne, es ist nicht mal eine Sequel-Area dort, aber es geht dort halt weiter. Dort ist genau so eine Stelle, wie ich mir gedacht habe, übrigens. Ah, shit. Ich bin nur mal wieder zu blöd, nach oben zu gucken. Wow, was sind diese Viecher? Die sind mega gefährlich, weil wenn die einen erwischen, dann ziehen die dauerhaft Leben auf. Also nicht dauerhaft, aber halt eine Weile. Das ist wie so ein Gift oder so. Das wäre der eigentliche Weg. Alter, chillt meine ich. Und alle? Nein, natürlich nicht. Ah! Ja, das meine ich. Dafür bräuchte ich eine Zugangskarte. Die hat der Typ vorhin auch nicht gehabt. Also, passt das schon. Jetzt habe ich auch noch ein bisschen Schild verloren, das kann ich aber ja gleich wieder auffällen. Aber trotzdem blöd. Ich hätte jetzt kein Schild verlieren müssen, ehrlich gesagt. Mir wäre es lieber, wenn ich nur Leben verloren hätte. Was eigentlich der Fall hätte sein müssen, oder so. Nein, ich gehe jetzt nicht gegen zwei Schild da nochmal ganz zurück. Okay, scheiß drum. Ganz ehrlich. Vor allem ist es nur, was weiß ich. Nee, das war hier dann. Vor allem ist es ein großes Schildteil. Oh, das ist wie ein Freund. Wir werden abgedrückt. Scheiße. Das hätte es nicht funktionieren wie geplant. Willst du mein Freund sein? Ah, jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich nicht mehr. So, das hier ist das, was ich meine. Was sagst du denn schon wieder? Ey, Moment, Moment, Moment. Moment, 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 Moment. Wir wissen, was er sagt, erstens. Und zweitens habe ich die Versorgungskarte, also kann ich nochmal zurück. Ich kann ewig hoch springen, hey, achtfache Sprungkraft, also brutal. Habt ihr ja vorhin schon gesehen, wie ich den Aufzug einfach mal hochgeschwebt bin. So, geh auf. Suchedrohne. Oh, nee. Man gefreut sich drüber, aber ich... Ich hab mich auch schon mal drüber gefreut, aber erstens hat sie jetzt schon wieder halb kaputt, weil es so dumm ist. Und zweitens ist es nicht so dumm, ihr gescheit zu folgen. Aber, ja. Hier scheint es ja noch zu funktionieren. Das wird erst schlimm, wenn die Türen kommen. Ich steck mal lieber, das Lichtschwert, ne? Das brauche ich gerade eh nicht. Ach, nee. Drohne. Hier. Runter. Oh, scheiße. Ich glaube nicht, dass sie da durch... What? Ist sie tot? Ja, ich glaube, sie ist tot. Toll. Tolle Drohne. So. Dann wollt ihr mal sehen, wie ich mich als F5 mache. Ich meine neuen Freunde. Oder meine alten Freunde. Oder überhaupt. Freunde. Halt F5-Einheiten, so wie ich. Wo muss ich denn jetzt durch? Was ist denn das für ein Ding? Kann ich nicht öffnen. Ich muss da irgendwie dahin, wo ich vorhin gesehen habe. Aber irgendwie habe ich hier... Hä? Versperrt mir hier einer von euch den Weg. Wenn ihr das wagt, dann mache ich alle kaputt, klar. Alle mal. Was ist jetzt eigentlich dort? Ja. Kann man das irgendwie nicht aufmachen? Ah. Dadurch komme ich da durch. Wow. Wow. Ich dachte, ich kriege nochmal dieselbe F5-Einheit, die da so dumm rumsteht. Jetzt habe ich noch eine andere, die genauso dumm rumsteht. So. Diesmal kann ich durch die komischen blauen Dinger. Hoffentlich nehme ich den richtigen Weg zuerst. Ich kann aber auch einfach... Naja, egal. Vielleicht muss ich ja auch beide Wege nehmen. Das wäre natürlich noch besser. Hallo, meine Freunde. Lässt du mich vorbei? Dann halt nicht. Wo muss ich denn hier was aktivieren? Da kann man was aktivieren. Nee, da kann man nur rein. Ah. Ah. Bringt mir überhaupt nichts. Hallo, Freunde. Was will ich hier? Hey, sieh da! Was? Ah! Nein! Nein! Ich habe meinen Kopf weggeschossen. Ich habe nichts getan. Ich bin unentschuldiger für... Pst. Scheiße. Dann eben. Gesichert. Gesichert. Das war ein scheiß R5. Was habt ihr denn für Probleme? Ich habe doch gar nicht so richtig mal was anstellen können. Ich versuche jetzt erstmal das Ding hier aufzumachen. Vielleicht ist das hier sogar das Ziel. Das wäre echt witzig. Nee, ist auch ein Tragbarer an Geschichter. Vielleicht muss ich ja jetzt hier rein. Oder überhaupt hier rein. Nee, es sind beides dieselben. Ist beides derselbe auch. Da ist ein C3-Büro. Hallo, Kumpel. Äh. He 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 he. Ah! Wieso? Was habe ich getan? Was habe ich mir schon wieder getan? Warum schiebt die mir an den Kopf weg? Wer ist da? Nein, tut mir nichts. So. Bin ich wieder undercover? Nein, bin ich nicht. Lasst mich. Kann ich jetzt wenigstens wieder durch? Ich wünschte, er würde kämpfen. Äh. Jetzt muss ich ja durch eine von denen durch. Ja, hallo. Kann ich von... Ah, das? Ihr seid jetzt meine Freunde. Folgt mir. Ach, scheiß. Bleib stehen. Die würden mir jetzt zwar helfen, aber da sind ja noch sie zwei übrig. Also bringt das nicht viel. Ah, aber geil. So. Was ist mit der anderen Tür? Ist die auch offen? Nee, die ist natürlich nicht aufgegangen. Da will ich auch noch hin. Ich gehe nochmal zurück und versuche noch eine... Ich habe ja noch drei. Drei... Ah, nee, die werden reprodiziert. Was tun jetzt hier? Haben Sie irgendwo eine R5-Einheit gesehen? Nein. Nirgends. M-m. Bitte deaktivieren Sie mich nicht. Na gut. Hallo. Ich bin eine R5-Einheit. Sag mal, der Typ ist echt blöd, oder? Egal. Lassen wir ihn einfach mal. Welches war jetzt die, die offen ist? Ich glaube, die links, ne? Ja, muss man auch die andere aufmachen. Das ist wahrscheinlich wieder ein anderer Weg. Weil dann drehen gleich wieder alle um Rat und wollen mich wieder abmauxeln, ja? Was soll's? Niemand greift mich an. Ich darf nur nicht so lange planlos in der Gegend rumfahren, sonst drehen sie durch. Gell, Freunde? Ach komm, das sollte eigentlich genug sein. So, jetzt gehen wir noch in die andere Tür rein. Dann haben wir ja alles sofort. Und wegfliegen. Nachfliegen will ich nach Planen. Freund! Ich nehme immer erst Freunde mit, wenn... Oh, da war aber noch einer im Krieg. War nur zu blöd, das zu kapieren. So, da ist meine R5-Einheit. Die sitzt jetzt hier einfach in der Gegend rum. Also hier ist jetzt ein Aufzug frei. Und da hinten ist, glaube ich, auch einer frei. Welchen werde ich denn zuerst? Ich bin so verwirrt. Ist doch gar kein Aufzug. Ach doch, scheiße. Ich sollte nur den Aufzugschalter finden. Ich müsste nämlich ja hier... Ja, hier rauskommen. Und was? Ah, wo bin ich? Wo bin ich? Da war gerade ein... Oh, shit! Ganz ruhig, ganz ruhig. Hey, die Scheiße. Was geht denn mit euch ab? Höh? Das bist du. Wow! Das bist du. Oh, shit! Oh, shit! Wer schießt denn das denn wieder? Aha! Ah, wo kommt Kühlzehr? Wer schießt denn jetzt noch? Wo kam das Vieh her? So. Jetzt. Okay, das ist gerade wirklich ein bisschen unerwartet alles hier. Was geht denn da ab? Und bald habe ich keinen Schuss mehr. Ich muss ein bisschen aufpassen, ja? Die Dinger, da hole ich mir auf den altertümlichen Weg. Mit einem Lichtschwert ist es langsamer als ich. Ich, Depp. Das war wirklich dumm. Das ist das andere Vieh runtergehüpft, weil ich glaube, ich habe sie nicht alle errichtet. Ja, vielleicht ja doch. Was piepen da jetzt? Ist das die A5-Einheit schon wieder? Egal. Nehmen wir erstmal wieder Schild auf voll, so. Jetzt hoffe ich mal, dass ich mich hier an den Aufzug auch noch nehmen muss. Warte, das sind andere A5-Einheiten. Zwei andere. Die bieten hier vor sich hin. Und da vorne müsste dann der andere Aufzug sein. Hoffe ich. Sonst muss ich dann nachher nochmal hoch. Ja, das ist Trabber, der. Oh, Munition. Ja, okay. Ich brauche aber, glaube ich, mehr als da drin ist. So viel, wie ich jetzt verballert habe. Ja, das war nicht genug. So, das sollte ja jetzt hier... Das dauert eine Weile. Was sind das eigentlich für seltsame Türen? Ah, schnell zurück. Okay, das war dumm. Das war dumm. Wieso mache ich denn jetzt Geschwindigkeit rein? Nein, der fährt wieder hoch. Kommt wieder runter. Okay, so lange scheint der doch nicht zu brauchen, wie ich jetzt erwartet habe. Oh. Außerdem kann ich da noch hochspringen, oder? Nein, nicht ganz. Okay, das ist die Stelle. Gut, kann ich gerade wieder runter. Da steht nämlich noch mein F5. Damit weiß ich es ganz sicher. So, und jetzt... Müssen wir wieder in diesen großen Raum. Und dann müssen wir gucken, wie es weitergeht. Was haben wir denn hier? Spannend. Wir haben hier Türen, die nicht aufgehen. Vielleicht müssen wir die F5-Einheiten ein bisschen... Nein, wir können die nicht kontrollieren. Ich dachte, die können die Tür für uns öffnen. Was haben wir noch? Wir haben hier noch einen Weg. Den kann man nicht aufschließen, wie ich dachte. Man kann einfach vorbeilaufen. Das ist natürlich auch gut. So, jetzt bin ich hier drin. Wow! Dammit. Zum Glück sind die Viecher so langsam. Ups. Und ich so dumm. So. Waren das alle? Ja, ich glaube schon. Ich laufe gerade, glaube ich, unter den A5 durch. Ja, da ist ein Aufzug. Was? Da? Wow! Wo kommen die denn jetzt alle her? Du... Ach, scheiße. Ich habe keine Macht, damit die mir helfen. Lust, hier ist es echt... Ich sitze in der Falle. Habt ihr gesehen, wie schnell ich bin? So. Die A5-Einheiten haben sich vor Angst verkrochen. Das ist okay, das macht nichts. Ihr seid ja 5-Einheiten, wie macht das? So. Wir haben noch Munition. Oh, alles eigentlich... Ne, noch eins. So, das ist nochmals... Wo kommt ihr denn jetzt alle her? Weg mit dir. Weg mit dir. Was machst du hier? Boah, da kommen ja noch mehr. Ey, ich läuft da runter. Wow. Weg mit dir. Weg mit dir. Ich glaube, ich brauche hier viel zu viel Macht. Äh, toll. Nichts da jetzt. Weg mit deiner Waffe. Spack du mich nicht voll. Komm, hier. Hä? Hab ich dich jetzt nicht? Funktioniert nicht mehr. Kann ich mehr Geistelskraft einsetzen. Vielleicht kostet das auch mehr Macht, als ich dachte. Hallo, warte mal, Kumpel. Ich würde dir noch nichts tun. Fast nichts. Bleib hier. Upsala. Entschuldigung. Erfüllte ein Heft. So. Hab ich jetzt endlich alle. Mann. Unfassbar. So, hier noch die Tür aufmachen. Wo kamen die denn jetzt alle her? Weil ich die wenige hier, die Dinger. Upsala. Ich will euch nicht anzünden. Bleibt nicht so eine andere Lichtschmerz hier. So, was haben wir hier noch? Nichts mehr. Brauchen wir auch nichts mehr. Haben nichts verbraucht, außer Macht. So. Was war das jetzt mit dem Schienensystem? Okay, da kommt irgendwas. Oh, da sind... Halt. Warte. Warte. Nicht ohne mich losfahren, bitte. Geht's ja nicht ohne mich losfahren. Ich muss da rein. Ah. Das fährt auch nicht ohne mich. Wow. Ich bin jetzt halt durch den gelaufen. Ich hoffe, das war jetzt nicht wirklich wieder dumm. Nicht, da ich durch beide laufen muss oder so. Das dauert ja ewig. Bin gleich da. Bin gleich da. Bin gleich da. Hoffe ich. Mach hin, ey. So. Oh. Oh. Ficken. Hilfe. Ah. Ah. Okay. Machen wir lieber wieder mit Machtgeschwindigkeit. Gegen die Viecher kommen wir immer noch am besten mit Machtgeschwindigkeit aus. Ich weiß. Ah.